Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt aus dem Nationalfeuerdach am Mittelpunkt, den direkt an drei Ortschaften aufgehöhlt hat. Zu Holzem, zu Kapellen und zu Mämmer. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt aus dem 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 NDR live untertitelt Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZANG EN MUZIEK 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 ZANG MUZIEK ZANG MUZIEK ZANG MUZIEK Lauf ab und an. Wir feiern heute eine Nation. Ja, eine kleine Nation am Konzert der Städtegemeinschaft. Eine Nation, die das demokratische Fundament nie verlesen tut. Aber auch ein Land, das wächst sein eigenes Weg zu gehen. Ein Land, das etwas aufweisen wird. Eine Nation hat dafür einen Festplatz an der internationalen Weltgemeinschaft. Eine Nation, die weiss für unsere Kindheit, die weiss, wie wichtig Solidarität an Zusammenhalt mit den Operern ist. Eine Nation, die weiss, dass wir auch nicht andere werden, wo wir heute sind. Eine Nation, die dafür eine Bedeutung für Europa weiss. Das Europa, das der Zuckel von unserem Wohlstand ist. Das Europa, das unsere Sicherheit und Freiheit garantiert. Plötzlich, wo es in der Folge der Feind gespürt wird. Die verstehen, dass Frieden eine Freiheit des Privileges ist. Ein Privileg, das eine und die Europäische Union geboren ist. Als Nation, das geprägt durch eine gemeinsame Geschichte. Als kollektive Erinnerungen, der Flotter, aber auch der Erinnerer. Sie prägen uns. Sie prägen unsere Identität und unsere Wörter. Wörter, die der Kompass unserer Gesellschaft sind. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Gleichheit. Wörter, die haupt mehr Wichtigste wie je. Läuf Leid. Ob eins werden große Umstellungen, große Herausforderungen. Die Welt kommt drömeis als am Wandel. Durch Krisen, der ganz grösser den Globelsinn, Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel oder geopolitische Veränderungen. Wir haben auch Probleme hier, direkt bei uns. Es soll keinen Ausfluss verlieren. Der Soziale darf nicht auf der Strecke bleiben. Dafür ist der Nationalfeierdeck auch ein Moment für Solidarität. Solidarität mit unseren Mitbürgern. Aber auch Solidarität zwischen den Generationen. Es ist eine Aufgabe, Perspektiven zu schaffen, Chancen zu bieten. Besonders für die junge Generation. Auch noch, wenn Michael Lenz schon an seinem Feierwohnen geschrieben hat, mir will er bleiben, wird man sehen. Aber kurz, da nur ein gefilvoller Wider an unser Nationalheim, das Litzewoer Land, das Leid und die Natur beschrieben hat, da wirst ein Volk immer näßlich dem Wandel von der Zeit unzupassen, sich neu zu erfannen. Eine neue Verfassung, die das letzte Jahr kraftgetröten hat, als Weißleisfähigkeit geschlossen, dem Wandel von der Zeitrechnung zu drohen. Das mit neuen, mit moderne Staatsziele, die man nicht an allen Grundgesetz an der Europäischen Union, an die Länder von der Europäischen Union findet. Heute, am Nationalfeierdeck, ist ein Fest für Modne, für Litzewoer und nicht Litzewoer. Auch sie, wie Litzewoer, seine Straßen, seine Banken und Finanzplätze, seine Innovationsfähigkeit nicht hat, wird das. Sie haben unser Land mitgesteuert. Sie gehören zu unserer Geschichte. Sie stehen für den öffentlichen Geist von unserer Nation. Über 100 Nationen, die zu mehrmals hier leben. Nationen, die sich hier begehen, die ihren Mittelpunkt vom Leben haben. Die hier Musik spielen, die hier Sport machen, die als Vereins und gesellschaftlich Liebe bereichern. Flüchtlinge aus der Ukraine, die sich an unserer Gemeinde näher gelassen haben, an sich hier wohl spüren. Auch sie gehören zu unserer Gemeinde. Mit ihnen allen gestalten wir als Gemeinsame Zukunft. Als Gemeinde als ein Liebes, ein Conviviales Gemeinde, mit überall 11.500 Abwohnern. Jeder Einzelne ist willkommen. Das verlinkt Respekt, für stetste mich an Toleranz. Wir sind sehr froh, ob das gelungen zu machen. Mesdames und Messieurs, Ich salue sehr cordialt, die wir von uns von uns gekommen sind, und die heute mit unseren Leben mit uns, für unsere Leben, für unsere Projekte, und für unsere Leben, für unsere Gemeinde. Die Damen und Herren, wir haben eine Traditionelle und Nationalfeuille, der Großherzogs gewusst hat. Die Feuerlichkeit vom Nationalfeuer, der eine streichende Verbindung vom Lützeburger Volk-Materia-Dynastie hat. Eine spezielle Relation von gegenseitigem Respekt, ein Zusammenspiel, der sich immer nicht dem Lauf von der Zeit aufgepasst hat. Der Grand-Duc-Korri steht schon 24 Jahre unterspitzt von unserem Land. Wir wünschen ihm, als seiner Familie, eine glückliche Hand am Dienst von unserer Nation. Wie ist der Grand-Duc? Wie ist die Großherzoglische Familie? Wie ist Lützeburger Land? Wie ist das Gemengenmärme? Applaus Wie ist das Gemengenmärme wie ist die Großherzoglisch? Wie ist der Grand-Duc.. Kaabsch kijken! Wie ist der Grand-Duc? Wie ist der Grand-Duc? Wie ist er Marc? Wie ist der Grand-Duc, der ist die Großherzoglisch? Wie ist die Großherzoglische Familie? Amen. 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 Am Nostalfeuer darf es selber, als ob es immer ein Größtesvorlegsfest. So wie in den vergangenen Jahren, war auch die Harmonie-Gemang-Mamer da. Und sie sind abgetreten, mit ihren Gastzulisten. Ihr darf hier Ehlenbauer ein Friedenfeuer gauf. So wie in den vergangenen Jahren, war auch die Harmonie-Gemang-Mamer da. So wie in den vergangenen Jahren, war auch die Harmonie-Gemang-Mamer da. Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.